So und dann, nun ist nur die zweite. Wer seid ihr und woher kennt ihr euch? Ich bin Hanife, komme aus Hamburg, bin Sängerin und darüber kenne ich auch Yannick. Und zwar ist er mit uns immer mit auf Tournee und schießt Fotos und macht Videos und alles was eine Linse hat, ist seine Aufgabe. Und was denkt ihr gut kennt ihr euch auf einer Skala von eins bis zehn? Ich würde sagen zwischen sechs und acht. Also sieben, ja. Können wir uns auf die sieben eigentlich. Wieso seid ihr heute hier? Weil du uns ja dabei sein geladen hast, um über sexuelle Gewalt und sexuelle Übergriffe zu sprechen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Das ist spät abends am Wochenende. Hanife geht im Dunkeln alleine nach Hause. Welche Vorgänge trifft sie? Ich habe das Gefühl, dass Hanife eventuell ihr Handy griffbereit hat, weil sie auch Kids und Family hat. Aber sonst glaube ich nicht, dass du dir so viele Gedanken auf dem Nachhauseweg machst. Ich glaube, Hanife sagt das jetzt einfach mal so, ist halt Warnerin und genug Taff, um das, wenn da jemand Doofes kommt, weiß ich, zu helfen, sagen wir das mal so. Tatsächlich habe ich mein Handy griffbereit. Tatsächlich habe ich mein Handy griffbereit. Und ich fake telefoniere. Also ich tue so, als wäre da jemand am Telefon. Und auch gerne, ich tue so, als würde ich hier wohnen und man könnte mich sehen. Und dann mache ich auch so, ja, ja, hey, hier, ich bin gleich da, siehst du mich? Ich wechsle die Straßenseite. Auf jeden Fall. Wenn mir die Gestalter entgegenkommen, ich würde immer einen Umweg gehen, wenn der beleuchtet ist und nicht querfeldein durch so einen Park. Also ich würde nicht denken, ne, tolle Idee, gehen wir durch den Park, wenn es dunkel ist. Achso, und zum Albaner sein, ich gehe besonders prollig. Also ich versuche da irgendwie darzustellen, so, ey, du sprich mich mal nicht an und so. Das versuche ich schon, wahrscheinlich sehe ich auch nicht in die Hosen gemacht, aber ich gehe dann so. Janik, bestimmen Sexismus und sexistische Übergriffe die Art und Weise, wie Hanife sich kleidet? Gute Frage. Also so, ich weiß nicht, wie Hanife in ihrer Partyzeit gekleidet war. Ich weiß, dass sie zurzeit sehr wenig Party macht. Und auch sehr wenig spät nachts nach Hause läuft, sage ich mal. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie sich einschränkt, wie sie sich anzieht. Glaube ich nicht. Jetzt ist mir eh egal, wie ich aussehe. Also jetzt würde ich es wahrscheinlich sogar in den Stringtanger Brötchen holen gehen. Und das wäre mir vollkommen egal, ob irgendjemand sich jetzt von meinem Arsch angezogen fühlt oder nicht. Aber mein Party-Ich, ich bin da mal ins anderes Extrem gegangen und so habe ich richtig, ich war nur auf knapp und höchste und fand es auch immer so sweet. Ich bin ein Kind der 90er, so Baggy, Jogginghose und dann wenn er String auch rausgeguckt hat. Oh mein Gott, wie konnte mir das passieren? Das habe ich alles so ein bisschen veranstaltet, um tatsächlich zu reisen. Und dann war ich vollkommen pissed, wenn ich immer angesprochen habe. Super. Hanife ist im Urlaub am helllichen Tag auf der Straße unterwegs mit elf Freundinnen. Aus heiterem Hummel greift er ein fremder Mann unter den Rock zwischen die Beine. Wie reagiert Hanife? Boah, ich glaube, dass der Typ schneller eine Wachpfeife hat, als ihm recht ist. Wäre schön gewesen, ist tatsächlich passiert, im Urlaub. Also ich war in Barcelona und schieb einfach auf der Straße tatsächlich, weil wir mitten am Tag, wir wollten Kaffee kochen. Und er hat immer unten reingegriffen und ich habe gar nicht mehr mehr. Also ich war, ich war richtig, ich stand dann da, aber ich habe nichts machen können, gar nichts. Dadurch, dass es körperlich geworden ist und nicht jemand gesagt hat, hey Perle oder sowas. Sondern das ist so unverfroren einfach auch nicht so ein bisschen, sondern einfach rein in die Zöll. Also ich dachte so, okay, der macht von nichts Stopp. Also wenn ich mich jetzt hier wehre, wenn das der Anfang war, ich habe keinen Bock zu gucken, wo das endet. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil das ist halt so richtig krass, der Körper. Ja, so die Grenze ist richtig überschritten. Vollkommen überschritten. Ich war nur noch so, hauptsache, also ich war so, was passiert hier? Also ist das jetzt der Anfang? Bin ich jetzt am Arsch? Kommt der Typ, lässt der nicht mehr ab von mir? Oder was passiert hier gerade? Und bin einfach zu stinken. Hätte ich aber auch nicht von mir erwartet. Ich hätte mich auch eher eingeschätzt mit sofort oder zumindest schubsen oder sagen, hau ab oder keine Ahnung was. Ne, hat nicht funktioniert. Und glaubst du, dass sie gerne anders reagiert hätte? Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Hanife manchmal gedacht hat, das hätte klöpfen müssen in seinem Gesicht. Ja, das stimmt, das hätte ich wirklich gerne gemacht. Also das hängt mir schon ab, dass ich da irgendwie so, ich meine es ist verständlich so. Mein jetziges Ich weiß, das ist zwar zu viel und deswegen konnte ich nicht reagieren, aber ich bin lange damit schwanger gegangen, als ich dachte, ey, wie kann man denn gar nicht reagieren? Auf der anderen Seite kann das natürlich auch sein, dass so ein Dude genau deine Reaktion eigentlich verstehe. Ab dem Moment, wo du, ich sag mal, auf ihn dann zugehst oder ihm eine Backpfeife oder so gibst, hat er ja eigentlich mehr Kontakt zu dir aufgebaut, als wenn da gar nichts passiert. Ja, stimmt. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, Fragen, die du bezüglich sexueller Belästigung oder sexueller Gewalt hast, in Hilfe zu stellen. Also als ich dir eingeladen wurde, war ich so auf okay Thema, wo du dich als Mann eigentlich nur verbrennen kannst. Sollten Männer da mehr darüber sprechen? Haben sie die Berechtigung darüber zu sprechen? Ich finde, sie haben safe die Berechtigung darüber zu sprechen. Sie sollten sogar viel mehr darüber sprechen, weil, dass sich Mädels immer untereinander über dieses Thema unterhalten, Es ist ungefähr so spannend, wie Mädels, die sich über eine Periode unterhalten. Alle betrifft es, wir kennen es alle, wir können uns da wahrscheinlich nichts Neues mehr erzählen. Und ich glaube, wenn man da nicht mit Männern darüber redet oder Männer sich nicht trauen, Fragen zu stellen, dann wird das ein Mythos bleiben, den die Mädels untereinander besprechen. Und das ist irgendwie, ich finde es viel egal, Jungs darüber zu sprechen, als Mädels. Und auch zu wissen, oh, vielleicht könnte man ihn sensibilisieren, was schon bei einer Frau einen Angstzustand auslöst. Was könnte ein Mann machen, dass sich eine Frau wohler fühlt? Also wenn du mit dem Hoodie nachts irgendwie in der Straße und da ist eine Frau, wäre voll cool, wenn du den Hoodie runter machst, dass sie dein Gesicht sehen kann. Dass sie sieht, da kommt eine freundliche Person auf einem zu, anstatt so zu bleiben. Weil wahrscheinlich sie wie die Straßenseite wechseln möchte. Also ja, berechtigt. Hast du da noch andere, also ich sage jetzt mal, ich glaube für die Männerwelt ist das trotzdem ein spannendes Thema. Also mit dem Hoodie zum Beispiel, kann ich verstehen. So wenn ich einen Laden reinlaufe, mache ich auch die Kapuze runter. Also wenn du abends nach Hause gehst und da läuft eine Frau vor dir, ihr nicht zu dicht aufzulaufen, auch wenn du es heilig hast oder so. Also lieber selber die Straßenseite wechseln und dann überholen, anstelle von schnell nachlaufen. Weil das ist ein Gefühl, was ich so krass kenne, ist dieses, ich höre Schritte hinter mir und automatisch macht es tak, 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 tak. Ich bin so, okay, ich kann jetzt nicht nach hinten gucken, weil dann sieht er, dass ich gemerkt habe, dass ich verfolgt werde. So, man wird so paranoid. Und dann war ich immer so, oh, mein Schuhband oder so, bin so abgetaucht und hab dann gehofft, dass er mir dabei geht. Ja, sowas glaube ich einfach. Was habt ihr beide denn heute übereinander gelernt? Ich habe über Janice gelehrt, dass sie nicht zugeschlagen hat, was ich aber auch verstehen kann. Allerdings glaube ich trotzdem, dass wir auf dieser Welt noch echt, echt viel zu tun haben, was dieses Thema anbelangt. Voll. Also ich weiß, dass Yannick einer der empathischsten Kerle ist, den ich, vor allem, was Frauen angeht. Also trotzdem, ich meine, woher sollst du wissen, dass ein Hoodie bei einer Frau nachts schon Stress auslösen könnte? Deswegen bin ich auch ganz bei dir, dass, glaube ich, wenn man da einfach offen drüber redet und dass man da noch viel voneinander lernen kann, ja. Super. Ja, das will ich jetzt. Sehr gerne, ich danke dir. 3 4 5 5 6 9 11 10